da ist es gut wie kommt zurück sagt diesen kurzen schnitt und zwar das soll sich aufgenommen so wie leiter wird uns wieder auf wurde sie nur noch 30 Sekunden die Hunde er wird nicht mehr vielartig reißen oder sei alles runter mit magisch einfach weil diese weil man hier ist mit der Aufzüge hat die ohne mich hoch geht oder doch mit euch hochkommen okay also wirklich die Sound zu irgendwelchen lustig die sind so wenn es so fett in dem spiel so sind die so fett ich habe gewinnt okay weiter geht's los komm okay so die neue karte gemacht ne karte mehr setzt die gerade eben war sehr gut weil ich mir einfach gefällt von allem hin und her okay die kenne ich auch auswendig ich höre das öfters auf den zombie haunting spielen weil es einfach der beste ist den ich kenne von zombie mode das macht wie so einfach das angezeigt wird aber ist auch egal wie man es jetzt macht aber egal so es geht 90 nacht sicht nacht sicht okay und weg hier und weg hier und weg hier oh verdammt what the fuck verdammt oh beinah hätte es geklappt beinah hätte es geklappen können oh god da ist meiner da ist meiner da ist meiner ich bin tot genial alter ich komme zu einer weiteren part let's play corner strike zombie mode oh es geht gleich weiter mpc was jetzt bin ich aber jetzt bin ich sauer ja ich habe welche infiziert gut nein nein wieder weg verdammt ich will weg es kann jetzt sagen dass wir einfach nur noch umgucken können weil oder ja wahrscheinlich ich habe noch eine chance gekriegt das ist doch irgendwo eine kaufzone war doch hier oh granate auch ich will verdammt ich vermassle aber auch immer meine chance vermassle sie immer und immer auch wir die infizieren weg mit dem ja ich will ihnen da rein ich will da rein lass mich rein hatte lass mich rein oh verdammt die machen aber auch nicht den weg frei die sind so dummer machen nicht den weg frei Oh, der Typ hat 80 Geräte, der hat 80 Geräte, nice Los, los, los Okay, guck mir mal Okay Kann man eigentlich da die Tür aufmachen? Okay, da hat es keine Masse mehr, da kann man die Tür aufmachen Schade, hab gedacht, da kann man die Tür aufmachen Okay, bei der nächste Runde muss ich mir jetzt ein paar Merkmale machen, wo ich hingehen sollte Und die schießen ja auch alle schon richtig kräftig aus allen Rohren Weg ist er Er ist weg Der ist weg Mir läuft es bei dir, Kumpel, mir läuft es auch gut Da gehe ich nächstes Mal rein, wenn da zwei Leute sind, können eine oder zwei hier festhalten Und eine oder zwei hier nachhalten Da kommt keiner rein Das ist auch eine gute Idee Dann gehe ich nicht, ich sehe mal nach dem Spawn direkt hier rein Weil das ist eigentlich eine gute Idee Weil wenn man da einfach hier rauf geht, dann kann man gut abschießen Sieht das auch endlich mal wie gescheit hingesprayt aus Also schon auf jeden Fall besser als Cornustrike 1.6 Ich finde Weihnachtsmann-Skin so richtig geil Vor allem weil wir Weihnachten jetzt vorbei haben Aber ich kann trotzdem noch diesen Weihnachtsmann-Skin Nice Okay, das ist ein bisschen weiter vor den Ist auch gut, ich muss mich behalten, den Tipp Da kann man immer gut abgucken, was die anderen Spieler so machen Dass man so ein paar Tipps hat, für die nächste Runde Das ist ein Tipp von mir Ein Tipp von Tipp, für Tipp, für Tipp Geil Gut Übernehmen, wir haben gewonnen Und es geht in die nächste Runde Ach, ich wollte ja nach da oben gehen Geht feindgesichtet Mit mir nicht, mein Kumpel Mit mir nicht Okay, ein einziger Überlebender gibt's noch Besser kein einziger Zombie noch Aber ich wette, es wird jeden Moment mehr Oh Ja, wir haben gewonnen Einfach mal eine Runde Geht schild Ist Geil Hätte ich jetzt nicht gedacht What the hell Granate, granate Auf die drauf schießen What the hell Nach, 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 nach Bam Sind schon fast alle infiziert Okay Okay, hier möchte ich gar nicht mehr sein Nein, ich bin infiziert Geh weg Nein, ich war einer von euch Hilfe Oh Gott Nein 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 Weg hier Weg hier Da hatten sie noch mal Glück gehabt Okay, jetzt bin ich vielleicht überleben da Dann kann ich nochmal versuchen nochmal weiter zu spielen Und gescheit Kann man auch gescheit weiter zu spielen Nicht so Wenn man nicht wie gerade eben Oh gut, gut Es ist zu ruhig Viel zu zu ruhig Dann mach ich mal ein Dings mal rein Niemals Oh Na, 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 na Komplett nach, na Was Was Ich hab den noch weggeschossen Wie Das ist immer ein bisschen ungerecht Würde ich mal so gesagt haben Wollte ich nebenbei bemerkt haben Dass das ein bisschen ungerecht war Oh Gott Jetzt fall ich wieder runter Ja So unmöglich hier Ich falle nicht abgeschossen Ich falle runter Wow I'm fantastic Ah, geh hoch Geh weg Och, meine Güte, ey Jetzt wacke ich hier runter So Jetzt war ich an der Leiter fest Jetzt ist einfach nur noch hier weg Ich hab die Leiterßbüste zu mir Ich hab die Leiterßbüste zu mir